Schreibst du es davor? Schreibst du es davor? Schreibst du es? Grüßt mal an! Da sind wir wieder da! Was denn? Du hast doch nur Schluck gefahren. Er geht es jetzt raus. Er geht es jetzt raus. Soll ich dich auch noch tun? So schön? Willi hier ab unterwegs. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ciao! Warte mal! Warte mal! Wenn man weiß, welches ist, ist es nicht. Morgen! Ja, Marieke, das ist aus dem Spülwäck, das ist hier. Einschneiden. Ja, passt hier. Witzflasen? Witzflasen. Was ist denn? Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Witzflasen. Ist das so großartig? Ja, da ist das so großartig. Witzflasen, das ist sehr großartig. Das ist ein Auto, das wir auch machen. Ja, das ist dann alles besser. Da kommt man gerade raus, das sieht man hier ein, ganzes Mal und egal. Danke! Kommen Sie hier noch, nicht? Wo? Hey! Ich habe uns da unterwegs erst mal eingetrungen können. Nee, dann muss er abgeben, ja. Wir haben uns erst mal eingebracht. Oh, Karlan, danke. Muss man sich das jetzt umbinden? Ja. Herzlichen Glückwunsch für den Podcast. Danke schön. Keine Blasen geholt. Wir haben ja bequemes Schuhwerk an. Ne, das war gut. Nur mal eine blöde Hauptstraße. Nina, traumhaft, was? Richtig prächtig, passt zu meinem Pullover. Ja, hab ich dann deswegen so gekauft. Ja, ich will das schon. Kommt die Wandersleute? Ja, wie gern. Herzlichen Glückwunsch für die erfolgreiche Teilnahme. Danke schön. Fein draufgeschrieben. Nina hat kein Fein draufgeschrieben. Herzlichen Glückwunsch für die erfolgreiche Teilnahme. Danke schön. Vereinigungsmeierdachstein. Ja? Aber das Unter geht nicht. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ja? Ich bin mir auch nicht genau. 50, 50, ne? Der letzte war Jürgen Liening. Der ist aber erst um 4.11 Uhr los. Ah, so. Und der war nicht schon bei der Vorlage. Ja, der ist schon gegangen. Oh, da kommt Jürgen Liening noch hin. Ach so. War nicht so. Wer da? Wo sch UI die weg? So, da geht's nicht. Oben, mit der anderen rein. Dann noch zwei reißen wir jetzt. Hoch, hof, ein, einfach ins Bett! Und dann schochen! Kommt jetzt, komm jetzt! Ich habe es auch alle mitgemacht, wir haben schon gesagt, ich habe es auch alle mitgemacht. Ich habe es auch alle mitgemacht. Du bist schon verwandert. Wunderbar. Dann hast du schon alles im Griff. Der Bus ist kein Verkehr, ist schlecht. Dann aufschießt das Rad. Dann aufschießt das Rad. In der Fall war es schon nix. Jetzt platzt gleich. War schön, war es mal. War es auch. Das war der letzte Tag. Wer gibt die Platte? Da müssen wir das jetzt lassen. Ja, da müssen wir abgeben. Ja, hallo. Wir gucken, wo wir es lassen mussten. Wunderbar? Genau. Herzlichen Glückwunsch. Da haben wir doch schon, haben wir schon. Ja, eben. Dankeschön. Jetzt haben wir in Ordnung. Tun ihn tut. Du meinst. Alles? Du hast ja ausgeblasen. Die Wanderer vom Helm. In der Liebkopf sieht alles. Hauptsache, ich habe nicht gefußt. Ja. Ja. Du kannst eine Kugelscheine haben. Du bist beeindruckt. Du kannst hier nicht verhalten. 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 Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hast du das gut durchgehalten? Jawohl. Das ist ja toll. Aber ihr Wanderter gehen kann. Ja, das ist nicht. Das war das ja nicht so. Nicht so schlimm. Das wollte ich nämlich mit meinem Tagebuch haben. Weißt du das? Das war das denn Schützfeindschmierhausen. Alles klar? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Wurde sie dir auch ein oder andere? Nein, nein. In meinem Tagebuch. Wie war die Strecke? Gut. Ja. Fantastisch schön. Ja. Das war also hervorragend ausgesucht. Leicht zu gehen. Wald. Um leicht zu finden. Nicht kompliziert. Dankeschön. Und man kann also diese ganz privat auch mal nutzen. Das heißt also, man kann auch mit Besuch mal diese Strecke abgewastern. Um mal die wirklich nähere Umgebung. In ihrer schönen Umgebung des Unterfärer, des Ortes kennenzulernen. Das war sehr schön, muss ich sagen. Hat uns gut gefallen. War sehr gut. War nicht so lang die Strecke? Nein. War sehr gut zu laufen. Zehn Kilometer ungefähr wie immer. Ist das jetzt kaputt oder? Bööö. Fit wie ein Turnschuh. Eben. Wir könnten wohl auch mal laufen. Das war sehr schön, muss ich sagen. Ja, guter Appetit dann. War die Strecke gut? Wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, steht dann natürlich auch zu. Hat viel Spaß gemacht. War nicht so angeschränkt? Nein, gar nicht. War nicht so angeschränkt? Nein, gar nicht. War nicht so angeschränkt? Nein, gar nicht. War nicht so angeschränkt. War nicht so angeschränkt? Nein, gar nicht. Ja. Ja. Sag mir deine Medaille. Ja. Ja. Ist deine erste Medaille, die du bekommen hast? Ja, eigentlich nicht. Kommt so ständig zu. Nein. Deutsche Meisterschaft. Ja. Wie passiert das jetzt? Ja, natürlich. Wie war das? Ich bin es mäßig. Wir waren die Schnellsten. Aber ganz locker. Ja, sicher. Es war eine Wanderung. Eigentlich geht es da gar nicht drum, wer schneller ist. Jeder war kaputt, das hat ja nicht. Nein. Ja. Wir sind ja immer im Training bei der Arjun. Ja. Tschüss dann, ne? Ja, tschüss. Von Natur her. Also wir haben sie nicht gekannt, aber jetzt haben wir sie kennengelernt. Wir könnten es gleich nochmal machen. Doch war wirklich schön zu laufen. War schöner als wir hier auf dem Asphalt, ne? Ja, das sowieso. Guck, das merkst du richtig. Diese Ecke hier runter, ne? Da taten ihre Füße, die brannten richtig. Aber da hing ihr im Wald ja ganz toll. Ja. Und Autos haben wir gesehen im Wald. Wie schon. Ja, wie wirklich? Eine Autobahn. Seid ihr mit dem Auto gefahren oder zu Fuß gelaufen? Wir sind zu Fuß gelaufen, aber bis an der Autobahn und dann waren sie aber da. Ach so. Und Bräu? Gut, war gut. Ja? Ja. Erstmal mitgelaufen. Ja, aber leider geht es nicht. Und ist es jetzt kaputt? Nein. Ach was. Von so ein bisschen. Nein. War gut, die Strecke war gut. Ja gut, prima. Hatte ich Spaß gemacht? Ja. Das ist Spaß, liebe. Ja. Ja. Und dann? Die Leitung. Nee. Ich bin nicht. Er hat mich eben schon mal geholfen. Wie war die Strecke? Wie war die Strecke? Vom Feinsten. Vom Feinsten. Hier. Mein Talisman. Hast du mitgenommen? Mitgenommen. Oh, hier hast du geklappt! Was? Ja, doch. Da wo vorhin ne Summertuskelohne ist, leg ich einfach halb auf. Du musst doch drinne bleiben! Wo kommst du mal außen? Ich will dem Stand aufkommen. So, jetzt mach aber! Salfo, los, zock! Jawoll! Und, Stockheim! Was? Salfo! Schaffst du besser? Ja, geht doch! Hast du den Leer? Ach, ich muss diesen Leer... Und dann mal! Ach! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Hier, machen wir alles was da an dir geschehen und ausrufen. Ja gut, wenn ich jetzt auch mal schicken wir die Hälfte machen und dann es gekriegt, dann passen wir auf. Jetzt muss man realistisch wünscht wahrscheinlich zu groß, 90% von zu groß sein. Dann haben wir es hier nicht mehr. Na, nicht zu groß sein. Ist das auch das alles. Ja, nicht zu groß sein. Ich will, wie ich hier dann nicht mehr so arbeiten. Kann ich sagen? Komm schon auf die Stelle? Ich war dran! Wie war die Strecke? Es war schön, schön direkt im Busch, schön im Schatten, die letzten Meter waren in der Sonne. Alle drei oder alle vier? Alle vier? Die kleine Arno, die haben wir bekommen. Das erste Mal, dass Sie mitgemacht haben? Nein, ich darf jedes Jahr mit. Immer. Ja. Ja, du bist da gewandert, du hast Spaß gemacht. Du hast Spaß gemacht? Meli, komm. Soll er mit der Kinderlage gefahren, oder? Sie ist in der Kinderlage gefahren, ein paar Meter gelaufen. Jetzt hat er auch eine Medaille gefahren. Die jüngste Teilnehmerin sagte, herbert. Hallo, hallo. Hi. Du brauchst die Größe gucken, um zu lachen. Schöne Medaille, das war, ne? Ja, ne? Melina. Diese Medaille, zeig mal, hier ist der Fernseher. Du kannst mal lachen. Die Größe gucken. Willst du auch was essen, Mann? Gleich, ne? Tschüss. Hallo. 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 Ja, ja, ja. Ich bin müde. Wie alt ist? 100.000 Jahre. Ich bin jetzt müde, weil sie nicht geschlafen haben unterwegs. Ja, ja, die Medaille schmeckte, ne? Ja, ja. Wunderschön. Ja? Ist jetzt kaputt? Nein. Jetzt aber auch ungeist jetzt, ne? Ja. So, guten Appetit. Oh, oh, oh. Da sind sie. Hier, ihr müsst ihr hier. Ich bin jetzt auch noch. Ich habe jetzt noch ein paar Jahre, aber hier, das habe ich dann ja auch noch. Und jetzt ist noch ein bisschen. Ach, sie hat sich da noch ein bisschen aufmachen? Sag mal, was ist denn die eine Frage hingestellt? Oh, 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 oh. Was muss ich denn hier draufschreiben? Ich bin nur, ich tue es immer. Ich tue es drauf, dann machen wir ja draufgeschrieben. Ja, geht ja nicht. Ja, zähl nicht, aber zähl nicht. Fausto, ich bin wieder da, Fausto. Der Organisator hat die Stricke selbst mitgewandert in diesem Jahr. Zu Fuß und mit Fahrrad. Zu Fuß mit Hund. Mit Hund sogar. Mit Hund. Wie mein Alkohol. Alles toppe immer, alles super. Also bis zu viel. Jawohl, jawohl.